Der letzte Wunsch macht, der letzte Wunsch macht, der Wunsch macht! Bilden da dann einen großen Kreis und warten dann, bis der Kampfbär gegen Bärentreiber beginnt. Und dieser Kampf Bär gegen Bärentreiber, das symbolisiert den Kampf des Frühlings gegen den Winter. Und letztendlich wird dann der Frühling siegen und das feiern die ganzen Masken, das schöne Zug feiern das Ganze.